So, wer steht hier drüben noch rum? Was ist mit euch los? Willkommen. Oh. Was habt ihr zu verkaufen? Eine nette Stimme hat der Herr. Waffen. Gesegneter Eisenkriegshammer. Untote bis zu 3, bis zu Schufe 3 fliehen 30 Sekunden. Okay. Bekleidung, Blaurobe, Eisenhelm. Eisenpanzerhandschuhe. Boah, beidhändige Angriffe verursachen 15% höheren Schaden. Goldene Halskette, also falls es wirklich jetzt irgendwann zu einfach wird, dass wir den Gegner einfach ummetzeln, dann schraube ich den Schwierigkeitsgrad nach oben. Dass es eine gute Mischung irgendwann mal ist. So, wir können doch bestimmt auch ein bisschen was verkaufen. Guck mal hier, das Eisenschwert kommt erstmal weg. Hat er Geld dabei? Ja. Ja, alles was wir nicht brauchen, erstmal weg damit. Möge euer Weg euch zu warmen Wüsten führen. Danke. So, dann gehen wir mal nach Weißlauf rein. Hab ich, hab ich. Flusswald bittet den Jarl um Beistand. Ich habe Nachrichten von Helgen über den Drachenangriff. Hm. Gut, leicht zu überreden daher. So, ab nach Weißlauf. Gibt ja auch eine Mod, die die Open Skyrim nennt, sieht sich glaube ich. Wo dann halt die Städte offen sind, dass man hier keinen Ladebildschirm hat. Weiß aber nicht, wie sich das verträgt. Ob das, ja, ob das dann auch gut abläuft hier innerhalb der Städte. Wo dann mehr Schwerter für die kaiserlichen Soldaten? Ich kann so eine große Bestellung nicht einfach alleine erfüllen. Warum schluckt ihr euren dickköpfigen Stolz nicht hinunter und bittet Eol und Graumähne um Hilfe? Ha, da verbeuge ich mich eher vor Ulfric Sturmantel. Außerdem würden die Graumähnen niemals Stahl für die Armee herstehen. Wie ihr wollt. Ich nehme den Auftrag an, aber erwartet kein Wunder. So. Ich habe hier einige gute Stücke, wenn ihr etwas sucht. Drinnen gibt es noch mehr. Ah, okay, jetzt ist die eine Ausmachmöglichkeit verschwunden. Vergesst nicht, auf drinnen reinzuschauen. Ich sage nicht, dass ich der beste Schmied im Weißlauf bin, aber höchstwahrscheinlich. So, machen wir zweimal Leder. Ich sage nicht, dass er... ...mein Schmied im Weißlauf bin, diese Ehre gibt nach Eol und Graumähne. Sein Stahl ist legendär. Ich will nur eine faire Chance. So, dann gehen wir mal in die Kriegsjugendverein. Hm, hallo. Was habt ihr zu verkaufen? Die besten Waffen und Rüstungen. Oh, ein Jagdbogen. Spitzhacker. Boah, Stahlkriegshammer. Stahl-Zweihänder der Himmelsschmiede. Auch geil. Ja, wie gesagt, das werden wir uns wahrscheinlich alles selber zusammenbauen. Eventuell hier mal, wenn was fehlt, ein paar Bahnen kaufen. Aber das ist auch relativ teuer. Jetzt, gerade für den Anfang, haben wir eh nichts weiter dabei. Vielleicht können wir ja noch ein bisschen mal schmieden. Ich helfe meinem Vater auf vielerlei Weise. Das ist den Leuten nicht bewusst. So, einmal den Eisenhelm bitte. Ich glaube, den können wir dann auch direkt anlegen. Drei Eisenbahnen. Ach, scheiße. Gut, mehr können wir dann schon gar nicht mehr machen. Gut, diese beschlagene Rüstung könnten wir noch machen. Bisschen was Lederartiges. Schmuck. Dafür reicht es nicht. Sonstiges. Ja, okay. Scharniere, Eisenbeschläge und so. Ja, okay. Schauen, dass wir den Helm noch ausrüsten können. So. Boah, ist jetzt mal gut. So, dann gehen wir mal hoch in die Drachenfeste. Um genial davon zu berichten, was im Flusslauf und in Helgen los war. Ja, okay. Ach, jawohl. Hier war nach richtigen Kindern großgezogen. Keine Weicheier. Was ist das denn? Ist das das Gefängnis hier? Halle der Toten. Ja, ja. Das ist dasselbe. Ich weiß, dass euch eure Familie in Ehre wichtig ist, aber wir können uns das nicht leisten. Ich habe Wochen gebraucht, um diese Diebeshöhle zu finden. Mit Banditen komme ich gut zurecht. Ich kann mir das nicht aufgeben, aber ich kann mir das Schwert auch nicht alleine machen. Ich bin echt verrückt. Wir wollen also eure Frau und eure Trockner für die Beschaffung machen. Hat der große Tal aus Ostern. Na komm, wir gehen das mal nach oben. Oh. Was soll diese Unterbrechung? Jarl Balgruuf empfängt keine Besucher. Ich habe Nachrichten von Helgen über den Drachenangriff. Alvor hat mich geschickt. Flusswald ist in Gefahr. Als Huskal befasse ich mich mit allen Gefahren, die dem Jarl oder seinen Leuten drohen. Ihr habt also meine Aufmerksamkeit nun erzählt. Mir wurde aufgetragen, die Nachricht dem Jarl direkt zu überbringen. Was ihr dem Jarl sagen wollt, könnt ihr auch mir sagen. Nein. Ich denke gerade nach. Ich will mir anhören, was er zu sagen hat. Vielen Dank, Herr Jarl. Flusswald soll auch in Gefahr sein? Ein Drache hat Helgen zerstört. Alvor befürchtet, dass Flusswald als nächstes dran ist. Alvor? Der Schmied, nicht? Ein verlässlicher Bursche. Der neigt nicht zu Verrücktheiten. Und ihr seid euch sicher, dass Helgen von einem Drachen zerstört wurde? Es war kein außer Rand und Band geratener Überfall der Sturmmäntel? Ja, ich hatte eine tolle Aussicht, während die Kaiserlichen versucht haben, mir den Kopf abzuschneiden. Ich war dort, ich habe gesehen, wie der Drache Helgen in Schutt und Asche gelegt hat. Bei Ismir. Irelith hatte recht. Na, was sagt die dazu, Proventus? Sollen wir weiterhin auf die Stärke unserer Mauern vertrauen? Gegen einen Drachen? Mein Herr, wir sollten sofort Truppen nach Flusswald schicken. Es befindet sich in allerhöchster Gefahr, wenn dieser Drache sich in den Bergen herumtreibt. Er wird annehmen, dass wir uns auf Ulfriks Seite schlagen und ihn angreifen werden. Genug. Wir sollten nicht... Ich werde nicht untätig mit ansehen, wie ein Drache mein Fürstentum niederbrennt und mein Volk abschlachtet. Irelith schickt unverzüglich eine Einheit nach Flusswald. Ja, mein Jarl. Bitte entschuldigt mich, ich muss mich wieder meinen Pflichten widmen. Das wäre wohl das Beste. Gut gemacht. Ihr seid zu mir gekommen, auf eigene Faust. Ihr habt Weißlauf einen Dienst erwiesen und das werde ich euch nicht vergessen. Hier, bitte nehmt dies als kleines Zeichen meiner Anerkennung. Ich hätte da noch etwas für euch. Vermutlich eine geeignete Aufgabe für jemanden, der über solche Fähigkeiten verfügt wie ihr. Kommt. Begeben wir uns zu Fahrengar, meinem Hofzauberer. Er beschäftigt sich mit einer Frage, die mit diesen Drachen zu tun hat. Und mit Drachengerüchten. Okay, wir haben gerade eine beschlagene kaiserliche Rüstung erhalten. Sprechen wir mal mit Fahrengar. Besucht ihr die Drachenfeste, um über die andauernden Feindseligkeiten zu diskutieren, wie die anderen großen Krieger? Der Jarl sagt, ihr würdet Hilfe benötigen. Hm? Was? Wie? Ihr meint, ihr könnt mir helfen? Das glaube ich nun wirklich nicht. Schon gut, ich werde auf Jarl Balgruf warten. Er findet den Jarl in der großen Halle, wo er vermutlich auf seinem Thron sitzt. Hier im Labor des Zauberers ist er jedenfalls nicht. Fahrengar, ich glaube ich hätte da jemanden, der euch bei eurem Drachenprojekt helfen kann. Nur zu, weiht ihn in alle Einzelheiten ein. Der Jarl glaubt also, ihr könntet mir nützlich sein? Aber natürlich, er muss an meine Drachenforschung gedacht haben. Ja, ich könnte jemanden brauchen, der etwas für mich besorgt. Und mit besorgen meine ich, dass ihr in einer gefährlichen Ruine nach einer alten Steintafel suchen werdet, die vielleicht gar nicht dort ist. In Ordnung, wohin soll ich gehen und was soll ich holen? Ihr kommt gleich zur Sache, was? Keine Fragen nach dem Wie oder dem Was. Das gefällt mir. Sollen sich eure Auftraggeber mit den Einzelheiten plagen, was? Ich, äh, habe von einer Steintafel erfahren, die im Ölsturz-Hügelgrab liegen soll. Einem Drachenstein mit einer Karte verschiedener Drachengrabstätten. Die Tafel liegt vermutlich in der Hauptkammer des Ölsturz-Hügelgrabes. Geht dorthin, findet die Tafel und bringt sie mir. Ganz einfach. Okay. Das hat momentan Vorrang. Alles, was wir verwenden können, um diesen oder diese Drachen zu bekämpfen. Wir brauchen es so schnell wie möglich. Bevor es zu spät ist. Natürlich, Jarl Balgruf. Ihr habt mir einen fähigen Assistenten... Okay, super. Dann ab in das Ölsturz-Hügelgrab. Hatten wir schon gesehen, als wir auf dem Weg nach Flusswald waren. ... Hier wird nicht drum getrödelt. Wollt ihr womöglich auf die Jagd gehen? Und was macht das Kaiserreich? Nicht! Nein! Weniger! Was ist denn? Könnt ihr den Anblick einer starken Nordfrau nicht ertragen? Ich helfe meiner Mutter. Ach genau. Ist die kaiserliche Rüstung eigentlich besser? Nö. Sieht bloß ein bisschen besser aus. Dabei Obst und Gemüse zu verkaufen. Meistens macht es Spaß. Seid ihr oft im Wolken, bitte. Irrelett. Nur wir sind natürlich seit ihr es nicht. Richtig? Ich kann niemanden mehr enthüren. Hoch. Na nun. Ist es schon so spät, ja? Nö. Ich mach grad Mittagspause. 13.30 Uhr. Na gut. Dann gehen wir noch zum Ölsturz-Hügelgrab. Ich bräuchte aber ne Spitzhacker. Ich hoffe wir bekommen möglichst bald eine. Hopps. So. Kann er uns hier vorne nach Flusswald bringen? Ich mein die paar Meter können wir auch selber laufen. Das ist nicht so weit. So. 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 Das finden wir schon. Erstmal wieder zurück Richtung Flusswald. Und dann müssten wir glaube ich da hoch. Wo ich dann beim ersten Mal rumgedreht bin und noch den anderen Weg gegangen bin. So ein Pferd können wir uns auch noch nicht leisten. Vielleicht finden wir dort im Ölsturz-Hügelgrab ein paar Gegenstände, die wir verkaufen können, um endlich mal ein bisschen Geld zu bekommen, um uns unser eigenes Pferd zu leisten. Ich werde auch so oft wie es geht oder eigentlich ne andersrum. Ich werde versuchen so wenig wie möglich irgendwelche KI-Begleiter mitzunehmen außerhalb Quests relevanter. Wo es unbedingt sein muss. Sonst werde ich alleine losziehen. Ich mag das immer sonst nicht so sehr mit Begleitung. So. Hier geht es zurück Richtung Flusswald. Hm. Da steht ein hier rum. Wovon redet ihr? Ah. Was habt ihr zu verkaufen? Lebt wohl. Das Problem mit der Schnellreise. So bequem wie das damit ist, so schlecht kann es auch für Spielerlebnis sein, wenn man dann irgendwann nur noch für jeden kleinen Scheiß die Schnellreise benutzt. Gerade wenn die Ladepausen ja mittlerweile so gering sind. Da hetzt man sich dann nur noch nach und nach einen ab, um dann halt schnellstmöglich immer wieder zum Ziel zu kommen. Und deswegen versuche ich es eigentlich immer zu vermeiden, die Schnellreise so oft zu benutzen. Hat wirklich nur wenn es... Ach guck mal, das Wolf liegt sogar noch hier rum, den wir schon erledigt hatten. Das ist ja krass. Hätte ich nicht gedacht, dass der hier noch rum kadaviert. Naja, okay. F5 ist noch schnell speichern. Kurz mal getestet. So, ich gehe jetzt einfach mal hier weiter. Ich bin der Meinung, hier müsste es lang gehen. Und wer baut eigentlich immer die Steine hier so aufeinander? Sollen wahrscheinlich Wegmarkierungen darstellen. Also doch Pfeil und Bogen werden wir uns mal besogen. Auch wenn wir da nicht damit oder das nicht aktiv leveln werden, um so ein paar Sachen vielleicht zu erledigen. Oder zu erlegen. Es ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Und jetzt kommt hier so ein leichter Schneesturm. Oh ne, ey. Immer auf die Frauen. Das muss doch nicht sein. Ich nehme jetzt einfach mal einen so langen Bogen mit. Die Fellarmschienen sind ein bisschen besser als die, die wir anhaben. Geldbeutel. 22 Gold. Super. Huch. Gott sei Dank fliegen die Arme nicht weg. Das wäre so mies. Gibt es wahrscheinlich nur eine Mod. Eisenpanzerhandschuhe. Ja geil. So. Haben wir mal auf die drei den langen Bogen gelegt. Ah. Oh super. Geld. Jawohl. Pelzhelm. Nö. Lass ich hier. Oh, da ist Eisenerz. Oder irgendwas anderes. Oder Grundum. Oder sowas. Wie gesagt leider keinen Spitzhacker. Das ärgert mich ein bisschen, dass wir die noch nicht haben. Aber. Ich habe vorhin auch nicht geguckt, als wir in Weißlauf waren beim Schmied oder im Flusswald beim Schmied. Ob die eine hatten. Ich bin der Meinung, direkt im Flusswald hätten wir eine abgreifen können. Können wir auf dem Rückweg, wenn wir wieder nach unten müssen, einfach mal mitnehmen. So. Da geht es weiter. Das Bildsturz. Hügelgrab.